Musik Einen wunderschönen guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen auf dem Borgberg. Horses and Dreams meets Denmark 2016. Ein Partnerland, was wir in diesem Jahr gefunden haben, ist eins, was für seine ganz besondere Gastfreundschaft bekannt ist, nämlich Dänemark. Und so steht diese Eröffnungsfeier uns, der ökumenische Gottesdienst, den wir nachher gemeinsam feiern werden, unter dem Motto Solange Raum im Herzen ist, ist auch Raum im Haus. Musik Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzudrehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Musik Das aus Ränden, Nacht beim Erden, das geschieht nicht von allein. Musik Musik Vielen Dank.